Da ist eine Testabnahme, die ich meine auf dem Samsung NB30 habe ich von dem Linux Lite 3.2 den auf dem Samsung installiert ist und er hat ganz mit dem Simple Screen Recorder den installiert habe ich von dem Command Line Editor an der Webseite, wo ich ihn dann Zeit für Zeit aufkopiert und installiert habe weil wenn ich den Simple Screen Recorder auf den Klängen-Ekro abgeschmengen, dann bin ich für 760 dann gesagt, dass er nicht zum Beispiel nach der Command Line in das an der Webseite hinzugehen am Artikel von den Panel-Erstellungen kann ihn da hinzugehen an das ganze Panel auf vertikal drehen und wenn er dann ungefähr klickt, wo die Kommande beim Simple Screen Recorder sind, da klappt das auch auf dem Klängen-Ekro und das ist der Schuss von der Testabnahme und das ist der Schuss von der Testabnahme ! Vielen Dank.